Was mir jetzt noch im Kopf ist, ist dieses Crossrail-Projekt in London. Also Crossrail waren letztes Jahr die letzten Durchbrüche. Das war das größte Bauprojekt in Europa. Das ist jetzt im Finish. Das sind von West nach Ost zwei Tunnelröhren mitten durch die Stadt gebaut worden. In drei Jahren, um die Infrastruktursituation für London und Umgebung zu verbessern. Okay.